Hi, mein Name ist Gunnar Schmidt, ich bin Geschäftsführer der Stadtwerke Jena Netze und Projektleiter im smarten Quartier Jena Lobeda. Smart Village, was ist das eigentlich? Smart Village ist für mich die Möglichkeit im ländlichen Raum durch Innovationen und Digitalisierung das Leben der Menschen zu erleichtern. Das smarte Quartier Jena Lobeda ist für uns in der Stadtwerke Jena Gruppe die Möglichkeit, viele neue Themen für uns auszuprobieren, besonders Themen, die für uns auch neu sind, zum Beispiel das Thema Telemedizin und dort Erfahrungen zu sammeln und damit den Grundstein für Smart City und Smart Village zu legen. Wie verbindet sich die Smart Village Vision mit dem smarten Quartier Jena Lobeda? Das ist ganz einfach, das ist für uns die Möglichkeit viele Prozesse auszuprobieren, ohne lange Wege zu haben, die wir dann in das Smart Village übertragen können.